Optik Burkhard ist für den herausragenden Service bekannt. Deshalb wollen wir auch dir in dieser schwierigen Zeit den bestmöglichen Service von der Bestimmung der Sehstärke bis hin zur Kontaktlinsenanpassung bieten. Folgende Schutzmaßnahmen sind uns wichtig, damit wir deinen Besuch sicher und angenehm gestalten können. Unsere Mitarbeiter waschen und desinfizieren sich regelmäßig ihre Hände, um die höchste Sicherheit zu bieten, zum Beispiel in einer Augenprüfung. Auch unsere Oberflächen und Geräte werden regelmäßig desinfiziert nach jeder Benutzung. Zur besseren Umsetzung raten wir dir, einen Termin mit uns zu vereinbaren. Die Luftzirkulation, mithilfe unserer Belüftungsanlagen und das regelmäßige Lüften, stellen wir sicherlich keine ansteckenden Aerosole bei uns ansammeln. Wir desinfizieren jede anprobierte Brille, bevor wir sie zurück ins Regal legen. Hilfst du uns auch dabei, indem du deine anprobierte Brille nicht zurück ins Regal legst, sondern auf einen separaten Tisch. Zu allen Optik Burkhard Schutzmaßnahmen bitten wir dich, auf folgende Maßnahmen zu beachten, um unsere Geschäftsräume sicher zu gestalten. Wenn möglich, zahle kontaktlos. Bitte komm nicht in unsere Geschäftsräume, wenn du dich unwohl fühlst und achte auf den Mindestabstand zu anderen Personen. Bitte achte auch auf die allgemeinen Hygienevorschriften, wie zum Beispiel im Verzicht auf Händeschütteln und gründliches Händewaschen. Deshalb findest du auch in jeder unserer Filiale ein Waschbecken und einen Desinfektionsspender. Einen Überblick über die Schutzmaßnahmen findest du auf unserer Webseite www.optik-burkhard.de und in all unseren Geschäften bei den Desinfektionsständern. Wir sind auch weiterhin zu den gewohnten Öffnungszeiten für dich da. Wir freuen uns auf deinen Besuch, dein Optik Burkhard Team. Wir sehen uns auf jeden Fall.